Fantastisch! Nicht mal mehr Gold, um hier überhaupt noch was zu machen. Ich habe jetzt aber mich mal dazu entschieden... Warte mal, ich habe doch zwei Sachen ausgebaut. Ah, hier! Den Elixiersammler auf 10 und hier die Kaserne auf 7, damit ich den Magier bekomme. Und ja, der Krieg ist vorbei. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie es ausgegangen ist. Und ich werde euch meinen zweiten Angriff natürlich auch noch zeigen. Und noch ein, zwei Angriffe mehr. Und ja... Es war deutlich. Es war wirklich deutlich. Der Gegner war einfach viel zu stark. Muss man wirklich mal so sagen. Guck uns mal an den ersten... Das finde ich schon... Hart, ey. Der zweite... Dass der zweite bei unserem ersten... Bei unserer Maxed-Out-Base zwei Sterne holt. Boah, krank, ey. Der ist echt... Der Gegner wusste schon genau, was er macht. Vor allem diese Kombination auch irgendwie, ne? Das ist schon irgendwie... Ich nehme meistens immer drei Packers. Er nimmt jetzt nur zwei. Und ich werde es mir mal genau angucken. Vielleicht kann ich davon auch noch einiges lernen. Weil das sind ja auch immer so Sachen, ne? Lernen von den... Quasi lernen von den... Von den Angriffen auch des Gegners. Und man kann nicht nur von seinen eigenen Angriffen lernen. Man kann auch von den Angriffen des Gegners natürlich auch viel lernen. Und deswegen gucken wir uns das jetzt einfach auch mal an. Und schauen einfach mal, was der Gegner so gemacht hat. Der Vincent. So. Er setzt jetzt da oben die... Der oben setzt halt seine Klarenburg hin. Okay, da ist eine Hexe drin. Und Magier, das macht... Ist natürlich schon mal sehr sinnvoll. So. Einen... Einen Riesen auch dahingesetzt. Einfach nur zur Ablenkung. So. Und jetzt kommen die... Jetzt kommen die, äh... Golems. Okay. Magier hinterher. Alles noch okay. Jetzt hat er aber noch acht Magier übrig. Er hat sehr viele Magier. So. Wutzauber gesetzt. Und, 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 und. Hat er den Mauerbrecher? Hat er jetzt keinen mehr? Okay, der Sprungzauber war natürlich auch richtig gut. 40er Held. Mal eben platt gemacht. Jetzt kommen die Packers hinterher. Ja, das war schon... Er wusste schon genau, was er da macht. Er wusste wirklich schon genau, was er da macht. Der Sprungzauber war auch echt gut. Das werden wir jetzt nämlich gleich mal sehen. Da hüpfen schon die ersten rein. Frostzauber noch mal rein. Und, 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 und. Ja. Da ist... Der erste Inferno ist jetzt schon weg. Das Rathaus ist weg. Und dann... Von jetzt an war es dann im Grunde auch mehr oder weniger easy. Jetzt sehen wir es da unten. Zack. Der Magier hat es noch eben kaputt gemacht. Er hat noch seine Königin gehabt. Die Königin hätte er jetzt... Ja, die Königin ist noch am Rödeln. Er hat es sogar noch aufgegeben. Also, er hat im Grunde easy zwei Sterne geholt. Muss man sagen. War... War echt gut gemacht. Muss man wirklich sagen. War wirklich gut gemacht. Ähm... Was ich euch noch zeigen will, natürlich mein... Mein Angriff noch. Ja. Ich muss sagen, mein Angriff war... Warte mal, wo habe ich den denn gemacht? Der war, glaube ich, relativ in der Mitte, oder? Hier, hier. 60 Prozent. Allerdings nur einen Stern. Ich war nicht zufrieden mit meinem Angriff. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nicht mein best... Das war nicht mein bester Angriff. Ich hatte vier Pekka, 17 Magier, sechs Mauerbrecher. Einen Sprung, zwei Wut, zwei Freeze und meine Helden. Und in der Klamburg hatte ich auch noch einen... Ähm... Hatte ich da noch einen Golem drin oder einen Pekka? Weiß ich gar nicht. Eine hier habe ich nur mit zwei Golem angegriffen. Und ich hatte, glaube ich, noch Magier in der Klamburg. So, der Wutzauber war viel zu weit vorne schon. Damit fing es schon an. So, Magier hinterher gesetzt. Hätte ich mir vielleicht auch noch ein paar aufsparen sollen. Gut, sie gehen jetzt halbwegs in die Mitte rein. Ähm... Clan-Truppen kommen raus. So. Packers laufen auch... Ja, die beiden Packers hier laufen... Die drei Packers laufen noch nach außen. Das war natürlich auch nicht so ganz so gut. So. Sprungzauber... Hätte ich auch weiter nach vorne setzen müssen eigentlich. Dann wären sie noch locker in die Mitte gekommen. Jetzt habe ich es noch gefreezed. Die Königin habe ich zum Glück auch noch mit gefreezed. Und ich habe meine Helden viel zu spät gesetzt. Also meine Königin habe ich viel zu spät gesetzt. Jetzt geht meine Königin nämlich auch leider nach außen. Was eigentlich auch nicht so der Fall war. Ich hatte Hexen in der Klamburg. Ich hatte Hexen... Der Angriff war wirklich... Der Angriff war wirklich nicht gut. Der erste war okay. Da habe ich auch zwei Sterne geholt. Aber dieser Angriff war nicht gut. Aber wir sehen es gleich noch. Wir sehen es jetzt gleich noch. So. Die Königin ist jetzt noch... Die Königin ist außen. So. Der erste Inferno ist weg. Der zweite ist auf Single. Das ist nämlich sehr gut. So. Und jetzt kommt's. Die Magier, die wir jetzt da sehen. Gehen jetzt aufs Rathaus drauf. Und, 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 und. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal. Wie viel da noch übrig ist vom Rathaus. Ah. Guckt es euch mal an. Das war noch übrig vom Rathaus. Das hat mich von meinem... Das hat mich von meinem zweiten Stern getrennt. Die Königin. Wieso geht sie nicht in die Mitte? Schade. Wenn sie in die Mitte gegangen wäre, wären es easy zwei Sterne geworden. Ja. War nicht... Die Königin war nicht gut gesetzt. Ähm. Wenn ich sie richtig gesetzt hätte, wäre sie auf jeden Fall in die Mitte gelaufen. Aber so... Ist auch eigentlich immer empfehlenswert, erst die Königin zu setzen und dann die Packers. Weil die Königin, wenn sie gescheit läuft, die Packers dann so ein bisschen hinter sich her zieht. Aber okay. Jetzt macht er das noch kaputt. Ja. Königin geht auch noch kaputt. Und dann... War es leider nur ein Stern. War auch... War ich nicht zufrieden mit. Aber okay. Passiert mal. Und werde ich auf jeden Fall dann daraus lernen beim nächsten Mal. Und was haben wir denn noch? Wir haben noch einige... Ein paar Angriffe, die ich natürlich auch noch nicht euch vorenthalten möchte. Ähm. Was war hier denn los? Ah ne, warte mal. Wo war denn noch mal einer? Den ich noch so verkissen als Elfter gegen die 15 war auch gut. Haben wir hier noch... Das sind alles so Angriffe... Ach. Weiß ich auch nicht. Das war am Ende haben sie... Wo sie natürlich schon deutlich geführt haben. Als 15 dagegen die 16 3 Sterne. Was war... Was war da denn los? 32 Hox Level 4. Oh. Das war natürlich dann eine ziemliche Zerstörung. Er hat erstmal alle... Okay. Er hat die Clan-Truppen erstmal rausgelockt. Okay. Die Clan-Truppen gehen jetzt noch aus. Und er lockt die jetzt raus. Was hat er denn da drin? Hexe, Magier, Bogenschützen. So. Und jetzt... Müssten gleich eigentlich die Magier schon kommen. Ja. Die Magier werden jetzt gesetzt. Machen jetzt die Clan-Truppen kaputt von ihm. Jo. Ja. Es gehen jetzt die... Jetzt gehen die Schweine los. Die Schweine werden sich jetzt um alles kümmern. Halt, sauber, gescheit gesetzt. Und dann... Ja. Wenn du... Wenn du damit umzugehen weißt, gegen eine Achter-Base mit 4er-Schwein ist das natürlich geschenkt. Die kriegst du mal eben ganz schnell kaputt. Und ja. Das war's dann im Grunde auch. Easy 3 Sterne gegen Polarhase. Okay. Kannste auch nichts machen eigentlich. Kannste als Achter... Als Achter ist wirklich schwierig. Sich dagegen zu verteidigen. Auf jeden Fall. Und ja. Wir gucken uns mal den nächsten Eingriff nur an. Auf Ken. Er hat auch 2 Sterne geholt. Es gibt es nicht. 51%. Ich wette, er hat auch aufgegeben. Zwischendurch. So. Sazan-Teaser-Base von Ken. Und... Oh. 30er und 28er Held. Golems eigentlich ein bisschen zu weit... Zu nahe... Lol. Das sind 4 Stück. 4 Golems hat er gesetzt. Alter. Alter Schwede. Okay. 5er Golems sind natürlich auch recht stark. So. Und... Ah. Hat er nicht mehr ganz geschafft, das frei zu machen. Jetzt kommen die nächsten Mauerbrecher. Auch nicht geschafft. Die Mauerbrecher waren eigentlich gar nicht so gut gesetzt. Der Sprungzauber... Müsste ganz gut sein. Jetzt kommen die Clan-Truppen raus. Was macht er jetzt noch? Keinen einzigen... Hat der denn keinen Freeze? Alter. Gibt's doch gar nicht. Nicht einen einzigen... Ne, einen einzigen Freeze hat er benutzt. Denk ich mal, weil er genau wusste, wenn er die Golems hat, braucht er die Freeze gar nicht. Jetzt ist noch der Wutzauber in die Mitte. Ja. Jetzt kommen natürlich die schweren Geschütze und das Rados ist natürlich gleich auch sofort weg. Zack. Kaputt. Und die Königin räumt jetzt noch auf. Gar nicht mal... Gar nicht mal so dumm, dieser Angriff. Muss ich mir auch vielleicht auch mal merken gegen Multi-Infernus mit Go... Es war ja nicht mal... Er hätte ja nur den Pekka in der Clanburg drin. Mit vier Golems. Das gucke ich mir gleich auf jeden Fall nochmal an die Aufstellung. Weil ich die doch recht interessant finde. Das ist echt schon... Königin lebt jetzt noch. Jetzt hat er außen noch die Sachen... Ja. Das rettet ihn jetzt. Da außen kann er jetzt nämlich noch schön mit seinem Bogenschützen noch die Sachen wegmachen. Ja. Gar nicht mal... Die Aufstellung war gar nicht mal so blöd. Da hat er auch noch einen. Dann reicht's locker aus, wenn du noch die beiden hast für die Totengebäude. Dann hast du gewonnen. Dann hast du gewonnen. Wir gucken mal nach. Vier Golems. Acht... Ah ok. Zwei Hexen hatte er. Ok. Ein Pekka in der Clanburg. Finde ich ne ganz... Er hätte nicht mal einen König. Finde ich ne ganz mutige Aufstellung eigentlich, die er da gewählt hat. Finde ich ne ganz mutige Aufstellung. So ein Angriff wollte ich euch jetzt auf jeden Fall noch zeigen. Nämlich von Mösi gegen... Pfff... Die Nummer eins. Das war der andere... Wo ist denn der Mösil? Mösil. Mösil. Mesut Ösil. Mösil. Sagt man ja auch. So. Wo war der denn? Hab ich den denn gesehen? Der war... Der war auf jeden Fall... Warte mal. War der nach? Der war nach mir doch dran. Oder? Jetzt muss er eben suchen. Jolos Angriff hier natürlich mal wieder. Jolo ist doch gar nicht wieder zurück in meinem Clan. Ich weiß nicht genau, wenn du Jolo... Wenn du da guckst... Ah hier. 99 Prozent. Ja, diese Base muss ich ganz ehrlich sagen... Was... Was denkt man sich bei so einer Base? Weil die ist doch eigentlich... Wie... Die ist doch wie gemacht, um sie mit Lava Lunion zu zerstören. So. Was... Was macht man jetzt? Ganz einfach. Man setzt den ersten Päcker... Setzt mal den... Man setzt den zweiten Päcker dahin. Und hofft... Beziehungsweise... Da ist ja nichts großartig in der Nähe. Also du hast keinen Tesla in der Nähe. Das heißt... Er wird jetzt mal eben ganz locker die Clan... Die... Die Luftabwehr kaputt machen. Und dann... Wobei ich hätte eigentlich eher den... Die Königin hätte ich eigentlich eher noch in diesen... In diesen Quadranten gesetzt, wo die Luftabwehr ist. Weil dann hätte er die nämlich auch noch gehabt eigentlich. Dann hätte er alle vier Luftabwehren weggemacht. Weiß ich nicht genau. Wäre vielleicht... Ich weiß nicht genau, aber ich hätte... So... Aus logischen Gründen hätte ich das vielleicht gemacht. So. Königin des Gegners kaputt. Oder er wollte die Königin sofort kaputt machen. Das war natürlich... Wenn das der Plan war, ist er natürlich aufgegangen. Andererseits... Ja, muss mal gucken. Er hat ja jetzt auch zwei Lava-Hunde noch dabei. Da hat er vielleicht ein bisschen zu lange gewartet. Müssen wir mal sehen. So. Da kommen die Luft... Die Luftbomben. Jetzt setzt er die Lava-Hunde. Jetzt kommen die... Ja, jetzt kommen schön die Ballons hinterher. Und jetzt ist ja im Grunde nichts mehr da. Jetzt hat er noch die Multi-Infernos und die... Und die X-Bögen. Aber das ist im Grunde scheißegal. Weil er hat da noch zwei Frost auf fünf. Das ist halt so der... Das ist jetzt halt so der Punkt, ne? Die fliegen jetzt alle schön in die Mitte rein. Weil außen jetzt auch nicht mehr so viel ist. Und machen jetzt im Grunde... Wenn die sich einmal in der Mitte konzentrieren. Und du die Frost gescheit setzt, dann ist es im Grunde... Dann haben die... Dann haben die... Dann haben die Infernos und auch die X-Bögen keine Chance. Die haben ja... Gegen die ganzen Ballons und gegen die... Gegen die Lava-Hunde haben die keine Chance. Vor allem wenn der Lava-Hund gescheit tankt. Absolut keine Chance. So. Sehen wir jetzt nämlich auch. Die Hunde fliegen jetzt noch dahinten. Die sind jetzt noch... Die sind noch am Leben. Zwei Hunde sind noch komplett am Leben. Und alles in der Mitte ist kaputt. So. Jetzt fliegen sie noch dorthin. Jetzt machen sie noch die Kanone kaputt. Aber jetzt wird's... Wie wir das schon gesehen haben, 99%. Das heißt, zeitlich reicht's nicht mehr ganz. Weil die Ballons jetzt ja auch nicht grad die schnellsten sind. Jetzt fliegen sie noch da wo. Und noch gut auch aufgeteilt. Aber... Ja. Da hat's leider nicht mehr gereicht, die eine Bauhütte noch kaputt zu machen. Und ja. 99%, aber war eigentlich ein ganz guter Angriff. Muss man sagen. Und ja. Yolo hat auch zwei Sterne kassiert. Mann, Mann. Auch von Vincent. Vincent, der hat aber auf echt... Die Base ist schon echt gut von Yolo, muss man sagen. Und sie locken immer erst die Clanburg raus. Sie locken... Sie machen immer erst die Clanburg kaputt. Bei... Bei... Was ist es jetzt hier bei Gowab auch wieder? Er hat wieder seine Standard-Truppen-Kombination genommen. Ich glaube, die werde ich mir mal kopieren von dem guten Vincent. Mal schauen, was ich damit so reißen kann. Wir starten ja heute Abend einen Clan-1-9. Oh, Riesenbombe. Damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Aber okay. Jetzt setzt er schon den ersten Golem. Oh, noch eine Riesenbombe. Macht dem Golem aber nix. So, drei Golems hat er benutzt. Jetzt kommen die Magier hinterher. Sprungzauber, Freeze-Zauber und dann noch einen Wut-Zauber. Jetzt sind sie auch... Warte, ich spüre jetzt mal nicht so schnell vor. Jetzt sind sie schon in der Mitte. Au. Das sind natürlich... Ja, das ist natürlich jetzt... Das ist natürlich das Problem. Wenn du die Sachen so nah aneinander hast, jetzt bei Disabelle, du hast einen Freeze und du machst sofort vier oder fünf Sachen freeze du auf einmal ein. So, jetzt ist das Rathos kaputt. Jetzt sind... Im Grunde, wenn du die einfrierst, die Teslan, das sind Siebener. Das heißt, die sind jetzt alle kaputt. Das ist dann im Grunde auch egal. Er hat jetzt die 50 Prozent. Und die Packers, ob sie jetzt noch leben oder nicht, ist scheißegal. Sie haben ihre Aufgabe erfüllt. Sie haben das Rathos zerstört. Wenn du dann den König noch hast, der sich dann noch um die Teslas kümmert, ist ja dann auch okay. 59 Prozent. Im Grunde, ja, easy, ne? Echt. Wenn man das so sieht, sehr gut auf jeden Fall. Sehr, sehr gut, Vincent. Das war mal echt ein richtig geiler Angriff, muss man sagen. Ja. Der Gegner war wirklich, wirklich sehr stark. Wir haben auch teilweise nicht gut angegriffen, muss man auch mal dazu sagen. Aber der Gegner war auch echt, echt richtig gut. Und das muss man dann auch mal würdigen, ne? Da haben wir zwei Riesen zum rauslocken. Ein Bogenschützen, dann noch Magier, drei, okay, drei Golems nehme ich auch. Viermal, äh, den Mauerbrecher. Gut, Sprung ist Standard. Das habe ich eigentlich im Grunde auch. Und in der Clanburg, drei Barbaren, zwei Magier und zwei Hexen. Das muss ich mir echt mal merken. Die wussten schon genau, was sie machen auf jeden Fall. Sie wussten schon genau, was sie machen. Und ja, heute Abend neues Spiel, neues Glück. Wieder ein neuer Clan-Krieg. Und, ähm, dann kann ich auch endlich mal wieder zurück in meinen Clan gehen. Ich habe übrigens noch was vor. Und zwar sehen wir es jetzt hier. Fredonaut, ich habe mir selber Truppen... Und werde jetzt mir selber, äh... Ja, ich habe mir jetzt, äh, werde mir jetzt selber Truppen spenden. Einfach aus dem Grund, weil ich mal sehen will, wie das denn so ist, wenn meine Base... Also wir gucken das mal eh noch an. Meine Base hier, die wir ja jetzt hier sehen, besteht ja nur aus diesem bisschen hier. Und das habe ich mir überlegt, wenn ich aber in die... Wenn ich hier vielleicht dann schon, äh, Walküren drin habe oder so, vielleicht kriege ich ja dann den einen oder anderen Gegner, oder zumindest den einen Gegner dazu, nicht 100% zu schaffen. Wer weiß. Werden es sehen, ich habe meinen Bonus jetzt gerade hier drin. Leider nur 315.000 geworden, aber ist auch egal. 80.000 Sungles habe ich mittlerweile, das läuft also auch. Vielleicht kann ich meine Königin nach dem Clan-Krieg schon sofort hoch machen. Oder mal sehen. Das werden wir dann auch sehen. Äh, morgen gibt es große Ankündigung zum Community-Event. Würde ich freuen, wenn ihr da mal reinschaltet. Jetzt morgen gibt's auch eine Besuchsfolge. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Bleibt dabei. Macht's gut. Tschüüüüü! Vielen Dank.